Ja, das stimmt, das hast du das letzte Mal schon gesagt, das muss ich schnell notieren. Bang! Haha! Uh oh, Schiff kommt. Oh. Oh, das ist ein dicker. Edge, ich hab halt nen Koffer und du hast keinen. Aber du hast genügend Leben, du Lümmel. Ich mach echt kalt. Nein. Bam! Oh. Oh. Wie ich's hasse. Diese Elite, diese Elite ist, ich hasse sie. Wirklich, ich hasse sie. Abgrundtief. Erstmal machen wir das Kleinvieh kaputt. Oh. 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 Ah, die Suchermine. So. Oh ja, wir holen uns die Stadt zurück. Danke. Oh, da kommen noch mehr. Wo kommen die? Ja, genau. Willst du mich verarschen? Hä, wo bin ich jetzt? Nein, jetzt bin ich im Flation District. What the hell? Ja, Granaten hauen wirklich rein. Aber noch nicht so lange. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Spiel hat soeben ein Damage Update gemacht. Ich habe es nicht bekommen. So. Ähm. Wo war jetzt das nochmal? Hier. Wow, ey. Hätte ich jetzt... Jetzt das erste Mal, dass ich verstehe, warum da steht Sterbeort. Das erste Mal, dass ich es wirklich nachvollziehen kann, dass es dort steht. Weil jetzt ich hätte... Ah, okay. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Aber meine aufmerksamen Zuschauer haben das bemerkt. Was halten die aufmerksamen Zuschauer eigentlich von meiner neuen, super schönen Frühlingsfrisur? Ich kann sie sonst auch gerne kurz in der Overview zeigen. Da kann man sie auch von oben her betrachten. Und siehe hier. Wow, ne? Böne Frühlingsfrisur, ne? Hahaha. Ja, der Frühling kommt. Genau. Wind schnittig. Ist gut, wenn ich dann wieder mit dem Motorrad unterwegs bin. Ist eine typische Helmfrisur, ne? Positive Helmfrisur. Helm anziehen. Helm ausziehen. Wurdest du schon abgefertigt? Oh. Wo ist denn das für dich? Für welche? Halt! Hände hoch! 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 Fuck me, ey! Was waren das? Was sind das für welche? Ist das noch ein Boss? Oh! Jay, was hast du getan? Wo ist er? Wohne. Und ich habe noch einen Satelliten gehört. Ähm, hallo? So! Ich habe noch einen Satelliten. So... Ja, wie viel Position hast du, Junge? Oh! Oh! Ja, das stimmt, aber leider kann ich es hier gerade nicht. Ja, Mann! Oh! Violett! Und hier ist irgendwo noch eine Boje, wollte ich sagen. Einen Satelliten da oben, den holen wir uns noch schnell. Wow! Ich hatte noch nie einen violetten Drop. Wirklich. Also, einen Drop so hatte ich noch nie. Was gab es noch? Irgendwas Violettes? Es gab doch zwei Violettes Sachen. Gab es nicht zwei Violetten? Oh! Oh! Ne violette Pistole! Level 27 Pistole. So, jetzt müssen wir da noch hoch. Das möchte ich mir noch kurz holen, da den Satelliten. Wer nicht zum ersten Mal dabei ist, wie zum Beispiel Cerberus, du weißt ja, wie ich immer diese Satelliten gesucht habe, weil ich an jeder Ecke einen Satelliten gehört habe und nur an jeder zehnten Ecke war es dann wirklich einer. Aber hier habe ich richtig gehört. Das müsste Nummer 6 gewesen sein. Ah, 6 von 16. Naja. Bald haben wir ja die Hälfte. Bald. Aber das war jetzt ja eigentlich noch, wir sind noch gar nicht, wir wollten ja eigentlich zum Sterbeort. Da die Jungs hier. Die waren ja nur so per Zufall am falschen Ort, ne? Oh, noch mehr. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist genug. Genug ist genug. Vielleicht will ich doch nur zum Sterbeort. ganz kurz. Noch mehr. Auch eine schöne Lücke kann entzücken. Okay. Und noch mehr grüne Items. Oho. So kommen noch mehr. Meine Güte, du. Du hörst schon wieder Piepsen hier. Ich bin nicht die Gefahr. Ah, hier drin. Ich war ja hier. Schauen wir mal noch kurz hier drinnen vorbei. Und da gibt es sicher auch noch Orte zu looten. Das Tragische war ja wirklich, dass ich hier gestorben bin, als eigentlich alles schon vorbei war. Ja. Von da an ging alles den Bach runter. Erst rollte die Sarah in die Stadt ein und dachte, sie könnte die Situation unter Kontrolle bringen. Die Sarah, die Katastrophenschutzagentur, hat auf ganzer Linie versagt. Die haben diese riesigen Massenbehandlungslager in Midtown aufgebaut. Das hat uns zwar entlastet, aber sonst nichts gebracht. Am 11. gab es die ersten Toten. Am 13. waren die Leichenhäuser voll. Und am 14. mussten wir die ersten abweisen. Toll. Ich habe gesehen, ich habe bis jetzt 46 Telefone von irgendwie 160 gefunden. Meine Güte. Gibt also noch einiges zu tun. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich dachte, hier hat es noch ein bisschen Loot oder so, aber irgendwie nicht. Irgendwie kein Loot hier. Ja, also ich denke mal so, einmal, einmal werde ich sicher alles sammeln. Doch, das, 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 das muss einfach. Wir gehen da hin. So, und zwar. Ja, das, das ist ziemlich gut hier. So, nach unten. Tak, 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 tak. Ja, ja. Ja, wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Also, ich hoffe es. Wir haben einen Plan. Ich hoffe es. Und wir sind ja schon Level 26,5. Das ist nicht. Ich brauche hier alle JTF-Einheiten. Zur Sicherung, die Rikers haben einen Hilfsgüterabwurf in der 33. East und 2. abgefangen. Wow, mein Aiming. Sparrow 5, wir nähern uns jetzt ihrer Position. Genau. Ja, ich denke, das ist wirklich auch das Beste. Denn man möchte ja die Geschichte sicherlich einmal schön miterlebt haben. Und ja, wenn man dann halt wirklich alles gesammelt hat, dann kann man auch sagen, okay, ich habe einmal die Division gecleared. Nein, er bleibt nicht. Ach, das ist wieder so eine Sniper-Jatsch. Nein, er ist tot. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Er ist tot. Nein. Ich muss jetzt nicht mehr so ein, dass ich nicht mehr so ein, wie sie nicht mehr so ein, wie sie nicht mehr so ein, wie sie nicht mehr so ein... So, tötet mal den Spassten, ja noch mehr. Ja, vor allem hier, die JTF Truppe, die macht das wirklich toll, die macht überhaupt nichts hier Spassten. Alles bleibt nur am J hängen, am J und der JQ. Ja, so viel Farbiges, juhu. Alles mitnehmen hier. Ha, wir sind noch nicht fertig. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Naja, nach 26 Sekunden schlagen wir uns. Und was bringen wir das hier? Nix. Nix. Das ist zwar im nächsten Gebiet. Aber wenn wir hier runter laufen, ist das ja eigentlich auf dem Weg. Und danach geht's hier zu diesen Nebeneinsätzen. Ja, ich denke wir machen das mal. So, Gegnerstufe Level 24, das ist ja auch noch in Range. Von daher, auf geht's! Ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Wunderbar. Ja. Sollen wir zuerst den machen? Weil er ist ja gerade auf dem Weg, oder? Ja. Nehmen wir mit. Und so beginnt das Übel aller Dinge. Und ich höre es wieder piepsen. Die sind auch ein Irrer mit Todessehnsucht. Wow, 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 wow. Ähm, so viel Text. Moment, schnell selber los. Nicht missen möchtest, dann empfehle ich dir später dann das Firecrest Set. Man bekommt dein Geschütz 50% mehr Reichweite und macht 20 oder 30% mehr. Allerdings nur, wenn du deinen Hamster zum Drachen digitieren lässt. Also gut, ähm, notieren. Firecrest. Crest. Set. Und dann, ähm, Brauchen. Geschütz. Tipptopp. Tolle Sache. Sagen wir mal, äh, Zebrus. Ähm, oder auch alle, die jetzt gerade hier sind. Ähm. Was haltet ihr denn davon, wenn der Jay, wie so viele andere Streamer einen, äh, ja toll. Einen Discord-Server machen. Einen eigenen Discord-Channel. Würdet ihr, würdet ihr den Discord-Channel, ähm, besuchen? Würdet ihr da drauf kommen? Achtung an alle Murray-Hill-Einheiten. Wir erwarten Hilfsgüter bei den Höfen in der 36. East und 2. Wir könnten jede Hilfe brauchen. Das LNB wurde im Abwurfbereich gesichtet. Oh, oh. Warnung! Feindkraften nähern sich! Weil dann würd ich nämlich, äh, dann würd ich nämlich... Sparrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Weitere Druckausüben! Weil, dass würde ich nämlich ähh, ja nämlich... Ok. Ja weil ich, ich habe zum Beispiel Discord auf dem, auf dem Handy. Also könnte ich da eigentlich, da kann ich pausenlos reinschauen. Also könnte man da zum Beispiel auch über Taktiken und so sprechen. Oder solche Sachen. Äh, nein, ich wollte eigentlich nicht das. Ich weiß zum Beispiel, einige Kollegen von mir oder Bekannte von mir, die auch streamen, die haben solche Discord-Chats. Und da bin ich auch dabei. Und ich habe das da ziemlich, ziemlich gern gesehen. Gerade bei der Community. Und eben, da kann man halt auch über anderes sprechen und so. Oh, wow. Ich komm. Skullface! Kill us zusammen! Guten Abend! Was sind eigentlich das für Schneemänner hier in dieser Polizei-Uniform? Das sind Söder. Ja, Skullface! Ja, Skullface! Ah, das ist das LMB. Aha! Das macht jetzt Sinn. Die sind aber ziemlich gut ausgerüstet. Die machen einen ziemlich fetten Eindruck hier. Ja, toll. Ah. Hey, willst du mich verarschen? Wo drehst du hin? So. Wo noch mehr? Hier ist Barrow 6. Over. Wir sind vor Ort und passen auf. Ja, da sind noch einige dazugekommen, ne? Oh, schwierig. Was, was, was da raus? Wo, 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 wo. Nein! Wieso? Warum? Es gibt Sachen, die ich in diesem Drecksspiel einfach nicht verstehe. Weil, vorher hat mich keiner getroffen. Jetzt, wo ich angeschlagen bin, trifft mich einer. Ist ja klar, oder? Ja, ne, ist logisch. Ah. Muss ich da wieder hinrennen, denn... Ich muss sogar die ganze Mission, glaube ich, nochmal neu starten. Äh, du bist ein Lümmel. Ich glaube, ich muss wirklich, ich muss die ganze Lieferung nochmal neu starten. Weil ich bin in die 10 Sekunden vor Abschluss gestorben. What the fuck? Äh, ne, man lernt nie dazu, äh... Nehmen, man lernt nie dazu, das wäre schlecht. Öfter gern mal was Neues gelernt, ne? Emergency Evac Route. Jetzt muss ich schon wieder mit Paul Rhodes in der Basis reden. Hä? Habe ich das nicht vorher gemacht, oder habe ich das... Nein, ich war nur in der Basis... ...und habe die Basis ausgebaut. Ich spasse. Nehmen wir an, das muss ich... Ich müsste da mal in die Basis mit dem sprechen, weil dann die Geschichte weitergeht. Oh, ich spasse. Gut, dann müssen wir leider, wohl oder übel, nach dieser, ähm, Mission hier... ...wenn ich sie nicht nochmal verkacke. Was ich nicht hoffe. Müssen wir nochmal kurz in die Basis zurück. Aber geht ja ganz schnell. Headshot Fuels. Achtung an alle Murray Hill Einheiten. Wir erwarten Hilfsgüter bei den Höfen in der 36. East und 2. Wir könnten jede Hilfe brauchen. Das LMB wurde im Abwuchsbereich gesichtet. Hier ist Barrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Errobert ihre Stellung. Ja, nein, aber es ist scheiße, geh weg hier! Oh! Oh! Scheiße, wie viel ist das? Fuck! Ey! Ja, und jetzt... Kann mich da jemand beleben, oder wie? Ich denke nicht. Ey, ich werde richtig aggressiv, Mann. Was soll der Scheiß? Kann das mehr klippen? Das wäre nett. Mal so ein J-Rage hier. Ich weiß, ich versuch's. Vielleicht... Vielleicht hab ich's... Zur rechten Zeit geklippt. Ich weiß es nicht. Mein System hier klippt, wann es will. Ansonsten kann das gerne jemand für mich noch nachklippen. Mein Rage hier. Gut, wir machen's nochmal. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ab und zu... Ab und zu... Ist aber einfach genug, auch für'n Jay. Hoffe, das nehmen... ...mir meine Zuschauer nicht übel. Er braucht Hilfe. Er braucht Hilfe. Wo ist der Sohn? In der Wohnung. Ich wollte ihn nicht allein lassen, aber... Da ist was. Da bewegt sich was. Hallo. Hallo. Bitte. Sie müssen mir helfen. Hilfe. Hilfe. Geh, was sind da für Leute im Chat unterwegs, ey. Nur komische Hieroglyphen und irgendwelche Russen und Chinesen. Keine Ahnung. Und eigentlich wollte ich ja gar nicht diese Mission spielen. Eigentlich wollte ich ja hier gar nicht hin. Achtung an alle Murray-Hill-Einheiten. Wir erwarten Hilfsgüter bei den Höfen in der 36. East und Zweiten. Wir könnten jede Hilfe brauchen. Das LMB wurde im Abwurfbereich gesichtet. Hier Sparrow Six. Erreichen Position in unter einer Minute. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Was war jetzt das? Ist der am Tanzen? Sind die Verarschen? Da liegt hier noch was Violettes. In your face. Da liegt was Violettes. Wo ist der? Back, 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 back. Der Typ da drüben, der riegt mich ab. Da ist endlich ist er tot. Noch mal ein Granatetyp. Ja, mein Geschütz heizt ihn ein. Oh, mein Geschütz ist kaputt. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Wo sind sie? Kommt. Ist sie? Danke, dass Sie hier sind. Schieß sie nieder! Irgendwann musst du rauskommen! Hallo? Ich kann nicht heilen! Ich kann nicht heilen! Fuck! Hier Sparrow Six. Over. In 4. Auto passen auf. Unglaublich ey Unver-fucking-glaublich Das glaube ich gar nicht Ich glaube es gab schon lange kein Spiel mehr Das mich so aggressiv gemacht hat Unglaublich hier So wie das letzte Mal meinst du Jetzt hat sie ja noch scheiß Gegner Fickt euch doch So läuft das hier Sag durch und weiter Seid mir im Weg Ihr seid mir im Weg So wir versuchen es nochmal Alle gute Dinge sind 25 Sorry wegen dem Ausraster Musste sein Hier hinzu machen bitte Ja aber dieses Mal war es jetzt ja Man hat da Wie man unschlecht erkennen konnte Man hat da einfach sehr wenig Deckung Und die Deckung ist ziemlich Beschissen aufgebaut Also du kannst dich irgendwie nie richtig schützen Gegen die Seite wo sie herkommen Das ist Spasten Jetzt gehen wir mal hier rein Vielleicht Achtung an alle Murray Hill Einheiten Wir erwarten Hilfsgüter bei den Höfen In der 36. East und Zweiten Wir könnten jede Hilfe brauchen Der MMI wurde im Abwurfbereich gesichtet Das ist ja ein Gegner Was ich auch immer wieder toll finde Ah Folie 75 Besten Dank Für den Tipp Aber nur natürlich Solange der Heilkasten auch steht Ich glaube vorher ist er nicht gestanden Äh 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 Oh schies Die fuck nochmal Ist mir auf dem Radar auch Ein Granatenwichser Ah fuck man Was ist los Willst du mich verarschen Ah Gut Ich würde mal sagen Wir lassen Den Scheiß Einfach mal links liegen Diese Drecksquest Unglaublich Äh ok Folie Äh ich glaube ich werde das Das nächste Mal Mal testen Ah ich muss die Quest ja machen Weil ich will da meine Items holen Da hat es Da hat es ein paar Items Oh man Geil ist es Als mir die Lippe wieder Zerstört Zerspritt Zerrissen Gut wir werden es nochmal probieren Hau ab du scheiß Zivilist Ich habe jetzt keine Lust dir zu helfen Ich muss jetzt mir selber helfen Hier Unglaublich Ist schon fast so weit wie letztes Mal Nur ich habe irgendwie das Gefühl Dass es dieses Mal Keinen Gegner Bug Geben wird Irgendwie habe ich das Gefühl Es gibt keinen Bug Naja gut Also wir haben gemerkt Auf dieser Seite rein Ist schlecht Weil da muss man zuerst noch durch All diese komischen Dinger laufen Ich habe mir jetzt überlegt Vielleicht wäre es sogar besser Wenn man draussen bleibt Und sich hier bei den Autos Irgendwo verschanzt Meine Güte Was ist Lifetake Wieso kann ich mich hier nicht verstecken Nice Wo ist dieser Hund Geht mir Feuerschutz Ich lade nach Hier Sparrow 6 Erreichen Position in unter einer Minute Geh weg hier Wir haben es auch noch nicht geschafft Ich würde die ja gerne mal treffen Hier Die Dinger haben verdammt viel Leben Oder treffe ich die einfach null Das wäre auch noch eine gute Idee Das ist unglaublich man So hier steht mein scheiß Ding Wow Back from the death Ich bin wohl gleich wieder drin Oh jetzt muss ich aufpassen Das ist einfach Oh der steht dann auf Weil er getroffen ist Das Arschloch Ich raste aus Das glaube ich nicht Bist du mich verarschen hier Das ist einfach nur lächerlich Ich bin hier absolut beschissen Scheiße man Glaubt das nicht Halt die Fresse du Dreckscomputer Ich bin hier Immerhin haben wir jetzt dank Folie herausgefunden, dass wir uns wiederbeleben können. Somit sind wir erst 30 Sekunden später wieder verreckt. Dennoch danke Folie für deinen Tipp. Und danke an alle, die noch da sind, auch wenn der Jay hier gerade mal ziemlich am Ausrasten ist. Ja genau, ja. Ja, das wäre dann das nächste. Wer hat diesen Scheiß eigentlich entwickelt? Warum spiele ich dieses Drecksspiel überhaupt noch? Das sage ich auch öfters. Warum spiele ich diesen Scheiß überhaupt? Achtung an alle Murray Hill Einheiten. Wir erwarten Hilfsgüter bei den Höfen in der 36. East und 2. Wir könnten jede Hilfe brauchen. Das LMB wurde im Abwurfsbereich gesichtet. Ja, was ist es? Wir haben schon verdammt viel Leben. Hier ist Sparrow 6. Erreichen Position in unter einer Minute. Fass으면서 werden wir dazu verrufen. Warnung. Feindkraften nähern sich. Du kommst zur Scheiß. Nö ging wie in sie? Wirheyr Po ejercite. Nö, 1 1 1 1 2 2 1 5. Die sind hier überall! Warnung! Feindkräfte näher an sich! Du hörst mir! Verdammt! Du hörst mir ein, was gibt es hier? Wo kommen die alle her? Wir kriegen Gesellschaft! Schießt sie nieder! Lauf, man! Lauf weg hier! Ja, van wo? Ja, ist ja geil! Ey, komm! Fuck off, man! Gut, ich geh nicht mehr zu dieser Scheiß-Quest, sorry! Kann mich im Arsch lecken und der Scheiß-Loot kann mich dort auch im Arsch lecken! Fuck you, man! Ich hab's dir das Gefühl, dass sie eigentlich hier nur noch zuseht, weil sich der Jay hier ziemlich aufregt, ne? Bin ich doch mal ehrlich! Okay, Agent, hören Sie mir zu! Das ist wichtig! Scheiß auf den Glut! Hallo, Nachtblume! Guten Abend! Ich entschuldige mich für meine vulgäre Aussprache! Aber jetzt ist erstmal Ruhe, weil jetzt machen wir einen anderen Weg hier! Ähm, ja, ich bin jetzt da gerade ziemlich, ziemlich oft gestorben! Darum werden wir jetzt mal erst einen anderen Auftrag machen! Eigentlich ist der Auftrag ja gar nicht auf unserem Weg gelegen! Eigentlich wollten wir ja da gar nicht hin! Eigentlich, eigentlich, eigentlich! Ja, genau! Glaublich, dass ihr Spastenköpfe mich tötet! Eben nicht nicht. Ja, lol. Jay muss noch mal. Hier muss noch jemand ein Telefon sein. Nein, nicht schon wieder ein Park. Ja gut, es sind nur Rikers. Geh ich aufs Dach? Geh ich aufs Dach. Warnung! Feindkrafte näher an sich! ich bin viel ruhiger jetzt viel ruhiger Warnung! Feindkraften näher an sich! War das so eine gute Idee? Ob so... irgendwie das... irgendwie... hier... Oh! Wie ich's hasse, wenn ich immer einen noch so leben lasse, der dann noch irgendwie so ein Millimeter Leben hat So wie der Warnung! Feindkraften näher an sich! Oh! So muss das sein! Das hätten wir ohne sie nicht geschafft! Wir hätten viele Leute verloren, wenn sie nicht da gewesen wären! Danke! Bitte, bitte! Gern geschehen! Noch was grünes hier! Meine Güte! Ja, das war jetzt grad ein bisschen... das vorher war schon ein bisschen Hass! Das find ich auch immer so geil, weil... weil die... Ja, definitiv, ja! Äh... Irgendwas! Medizin! Äh... Was haben wir denn hier? Stofftierchen! Nein! Wir brauchen die Medikamente! Aber wir finden das noch! Wir finden das noch! Aber... ähm... Nachtblume! Wenn du sagst, hier bin ich auch sehr viel gestorben, also bist du da auch schon lange durch! Ich nehme mal an, du hast dann schon x-Level-30-Charakter, genauso wie Cerberus und bist eigentlich voll der Profi! Ja, stimmt! Ja, stimmt! Die Rikers, die penetrieren einen nicht so... fest wie... die... Spasten da! Äh, toll! Was machen wir hier? Okay! Und du dachtest jetzt einfach mal so... hm, okay, komm! Ich schau mal wie ein Noob wie Elmo! Ah, das ist cool! Elmo! Noob wie Jay das Spiel spielt! Mal schauen! Und... Du hast genau zum richtigen Zeitpunkt eingestellt! Medizin Teil 3! Ach, das geht noch weiter! Ah, du guckst immer Noobs! Okay! Na also... Gut, ich meine, wenn natürlich... Du Profi bist... Ist klar, dass jeder andere natürlich ein Noob ist! Aber ich muss sagen, ich bin... Auf und zu bin ich wirklich gerne ein Noob! Ja, wirklich! Volle Tusse! Bang! Ja, die Rikers, die gehen einfach die... Ja, ich weiß! Äh, dass du auch schon da warst! Aber... Im Chat warst du irgendwie noch nie wirklich, glaube ich, oder? Oh shit! Nein! Violette! Spaß! Na gut! Die gehen weg in Butter! Die waren Butter bei die Fische! Oh oh! Wenn du nicht fest consistiert! Irgendwann zeigen sie mich! C- Pestilenz! Halt nie halto! Halt nie hier! Hi du, ja jetzt kommen wir aber die. Ja gut, das stimmt, ja. Und wie man sieht, der Jay kann die Hilfe sehr gut gebrauchen. Ja, der Mr. Pestilenz ist definitiv neu hier auf dem Stream. Ich würde mal sagen, hallo Pestilenz. Du wüsstest kein Name auf jeden Fall. Ich bin beeindruckt, Agent. Gut gemacht. Wie du sagst, ja das stimmt schon. Vor allem denke ich auch, gerade wenn man so sagt, ja gut, Endgame. Man hat es dann halt auch irgendwann, würde ich sagen, gesehen. Und ich meine, ich bin ja erst auf dem... Ich bin ja eigentlich erst auf dem Weg zum Endgame. Darum, bei mir kann man noch sehr viel lernen. Äh, nein, nicht lernen, sorry. Bei mir kann man noch sehr viel sehen. So muss ich sagen. Wow. Holy shit. Ja, ich denke, mein MK17 hat es ausgedient. Ja, das ist auch was, das raff ich irgendwie nicht. Sturmgewehr, nein, ich will es ja vergleichen. Das da. Äh. So. Das da hätte ich gerne verglichen mit... Äh. Wo ist es jetzt? Mit dem hier. Aha. Also. Würde man sagen, ist gekauft hier. Und zwar müssen wir jetzt noch und dem hier alle Mods entfernen. Das ist etwas, dieses ganze Gemodde. Das finde ich ziemlich mühsam. Ähm. So. Also das mit dem ganzen Gemodden und so, da, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so Fan. Das... ...gefällt mir nicht so. Äh, alle. Das ist gut. Äh. Ziehen. Ja, so. Dann hier wieder unsere Sniper. Äh. Lackierung. So. Haben wir eine neue Sniper. Juhu. Ähm. 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 Ich bin gerade aus dem Konzept. Ja, ich... Ich kann es mir ja sehr gut vorstellen, dass das... ...später... ...zu einem späteren... Äh, da unten haben wir noch einen Kampf. ...zu einem späteren Zeitpunkt sehr wichtig ist, das Modden und so. Ja, das kann ich nicht verstehen. Ähm. Wow. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt. Äh, Tiguan. Ja, wie du siehst, wir sind gleich 27. Du hast ein paar nette Rages verpasst. Die Stabilität. Stabilosan. Ähm. Da waren doch noch mehr. Ähm. 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 Ja, eben. Sehr freundlich. Ja, und du gibst mir gar nichts? Ähm. Oh, da müssen wir hoch. Ich habe mir überlegt. Ähm. Ja, genau. Ja, das... Ja, das wird siegen. Das merkt man natürlich schon. Ähm. Ich habe mir natürlich überlegt, weil ich jetzt ja auch, ähm, dieses Spiel... Ah, Telefon. Dann starben die Ersten. Und zwar nicht nur Alte und Kinder. Die Leute fielen auf der Straße einfach tot um. Sie starben in ihren Wohnungen, wo sie tagelang niemand fand. Die Krankenhäuser wiesen Menschen ab, weil sie völlig überlastet waren. Aber das war in Ordnung, weil die Sarah diese Massenbehandlungslager aufgebaut hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Katze längst aus dem Sack, dass es die Pocken waren. Aber wir hatten noch Hoffnung, wissen Sie? Sarah würde die Seuche vernichten und wir könnten alle wieder nach Hause. Äh. Und in der Zwischenzeit ging die Stadt um uns herum vor die Hunde. Ja. So. Äh. Wir können wieder reden. Ja, genau. Das stimmt natürlich. Und, äh, Tick. Ja, ich weiß. Ähm. Muss ich hier rein? Sieht so aus, ne? Ja, Virusforschung. Ähm. Was ich eben kurz sagen wollte. Ich hatte eine Idee. Gut, ich habe öfters Ideen. Aber. Ähm. Ich spiele ja jetzt The Division. Und zwar mit dem Sinn Road to Level 30. Also ich möchte Level 30 erreichen und danach weiss ich noch nicht, wie es weitergeht mit Division. Ob ich mich denn da voll reinknien wäre und ein Profi-Division-Spieler wäre, ich denke eher weniger. Ich habe mir aber auch überlegt. Kips Bay Zentrale hier. Wir haben eine dringende Anfrage von Sarah für einen virologischen Scan des Quarantäne-Bereichs 31.Eath und FDR. Ich habe mir aber auch überlegt, es gäbe noch ein... Scan eingeleitet. Oh, jetzt muss ich hier wieder schauen. Ähm. Und es gäbe noch ein anderes Spiel, das man ebenfalls gut auf dem Stream durchleveln könnte. Und aus meiner Sicht auch noch ziemlich viel hergibt. Und zwar wäre das Black Desert Online. Es ist ein Massive, ein MMO-RPG, also ein World of Warcraft mäßig. Oh, dann bin ich hier ja völlig falsch. Glaube ich ja. Ja, und jetzt stellt sich halt aber die Frage, würdet ihr das mitschauen? Ja, genau eben, das stimmt. Da spielt man wirklich ein Leben lang. Und wenn, dann würde ich es eben nur so nebenher spielen. Und dann... Nee, bei diesen MMOs ist das immer so das Problem. Oh, Totenkopf. Äh... 14,15... Ah, Moment. Äh... Ja, scheiße, ich weiß doch nicht... Ich finde doch diesen Scanner... Ich finde diesen Scanner nicht. Ich habe immerhin 13 Minuten, aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Ah, ah. Alarm. Kataminations-Scan eingeleitet. Ja, das stimmt, Tiguan. Das stimmt definitiv. Ähm... Ich habe es ja... Ich habe es früher mal gespielt. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es mich wirklich packen könnte. Äh, ich glaube... Ist da drüben? Nein, da drüben ist nur noch ein Computer. Ich glaube, ich habe noch eine Kiste vergessen. Ist... Ich glaube, die Kiste ist unten, nehme ich mal an, oder? Die ist wohl kaum hier oben. Ah, die ist unten. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube... Ja, eben, ja. Danke, Zerberus. Zerberus, du bist eigentlich für mich wie so... Es gibt so... Der gute und der böse Engel, oder? Also nein, rechts sitzt der Engel, links der Teufel. Und du bist eigentlich so eine Mischung aus Engel und Teufel, weil... Also nicht falsch verstehen. Ähm, aber du bestätigst eigentlich immer wieder meine Dummheit. Oder meine Schlamperei. Du schaffst die knallhart, sagst du? AJ, ja, du hast was vergessen. Ja, es ist zu unterst. Ja, du bist dämlich, was du tust. Oder? Verstehst du? Ist aber absolut nicht böse gemeint oder so. Ich finde das eigentlich noch ganz lustig. Ähm, wo ist denn der Letzte? Wow. Wow, wow, wow. Muss ich noch weiter runter? Ich weiss gar nicht. Ja, genau, eben. Du beißt mich auf meine Dummheit hin. Gut, wir gehen noch eins runter. So, hier sind wir also zu unterst. Ah, genau. Also hier war ja der Erste. Der Gerät. Genau. So. So. Ja, eben. Da hast du absolut recht, Pestilenz. Mir hat's auch... Eben, mir hat's auch Spass gemacht und so. Aber ich war nicht mal... Ich bin nicht mal so weit gekommen. Und jetzt scheitere ich hier an diesem Apparat. Muss ich bald nochmal vorne beginnen. Also, ist ja auf diesem Stock noch einer? Fuck, man. Weil das... Der Dreck ist... Man hat hier auch keine... Keine Map oder so. Es wird nichts angezeigt. Upp. Was soll jetzt der Scheiß? Ja, alles so verwinkelt und man hat absolut keine Ahnung, wo man hin muss. Ah! Ah! Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Jetzt muss ich nur noch den Weg nach oben wiederfinden. Ich glaube, der war hier lang. Nein. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Nein. Falsch. Ähm. Fuck! Wo geht's hoch? Ah, hier. Ja, eben. Einfacher gesagt, als getan. Äh, nein. Oh! Komm, komm. Aha, hier. Also, was ich, äh, auch noch schnell loswerden muss, da jetzt doch einige hier sind und auch einige, die meist am Donnerstag noch einschalten oder am Samstagmorgen. Diese Woche, äh, ist der Dienstag, also der heutige Tag, also der jetzige Stream, der einzige offiziell angekündigte Stream. Ähm. Donnerstag werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Wo geht's hoch? Donnerstagabend werde ich auf jeden Fall nicht streamen, weil dann habe ich Diplom-Feier meiner Weiterbildung. Ey, fuck! Willst du mich verarschen? Wo geht's hoch? Hier geht's runter. Dann muss es doch hier irgendwo hochgehen. Scheißspiel. Ja, hier geht's hoch. Und. Äh, danke. Äh, und am Samstagmorgen werde ich leider keinen Stream machen können, weil ich am Samstag arbeiten muss. Das ist das Problem. Darum werde ich, darum bin ich ja auch heute schon den ganzen Tag am Stream. Also, ja, nicht den ganzen Tag, aber seit dem Nachmittag. Weil ich am Samstag arbeiten muss. Ja, also diese Woche leider nur heute. Vielleicht gibt's noch spontan Streams. Die werde ich aber halt dann vielleicht eine Stunde oder so vorher ankündigen. Ach, endlich geschafft. Die Daten sind wichtig für unsere Ärzte. Die Daten sind wichtig für unsere Ärzte. Die Daten sind wichtig für mich. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt mal ganz kurz schnell für kleine Jungs und muss meiner Katze noch schnell, ähm, Nachtessen geben. Es dauert zwei, drei Minuten, dann bin ich schon wieder hier. Also nicht davonlaufen, bitte. Also nicht davonlaufen, bitte. Also nicht davonlaufen, bitte. Oh, meine错. Aber dann darf ich es nichtmpfer configure. 액 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke fürs hierbleiben, danke fürs warten, schön, dass ihr immer noch alle da seid Und vor allem so zahlreich, das freut mich extrem Ja, also Was müssen wir denn noch machen? Ah, dahin wollten wir ursprünglich Und wir sind dann hier 700 Mal gestorben Sieht aus, als wären Trigger Mikes Freunde noch da draußen Nein, nein, aus, lass das Wir gehen später, Gassi Jedenfalls schießen die auf die netten Leute, die uns die letzten abgeworfenen Vorräte bringen wollen Trigger Mike Wie meinst du unter Druck? Weil ich jetzt wieder da in die Region muss Wo ich eigentlich gar nicht hin wollte Ähm, wo geht's denn hier raus? Hier hoch Ah, das ist so ein riesen Camp hier, ne? Ach so Nein, ich würde, äh, weil das Problem ist ja Ziemlich sicher warten die Leute nur wieder darauf, dass es ein Rage gibt Meinerseits Ey Einfach so die netten Leute töten hier Z Wichser Ähm, so, wo geht's denn? Ich höre es piepsen Ah Ach, das ist ziemlich frech Ja Gratuliere, Jay Spast Äh, hier lang Oh meine Güte, ich blute Wie lange bin ich denn heute eigentlich schon online? Vier Stunden und 15 Minuten, okay Äh, wie sagt man so schön? Nach einer Stunde sollte man immer 10 Minuten Pause machen Ich sammle einfach diese 10 Minuten und werde sie dann am Schluss machen Macht doch viel mehr Sinn, oder? Ja, Nachschubszone Und noch ein Spast Warnung, Eintreffen der Gegner Hier Ja man, Pestilenz Besten Dank für deinen Follow Ich werde gleich sterben, dank dir Ja, ich widme mir meinen Tod Meinen neuen Freund Pestilenz Der in der J-Crew Aufgetaucht ist Freut mich Danke für deinen Follow Fast wäre ich gestorben Alter Schwede Zum Glück Zum Glück war das Nicht so gespaßen wie von vorher Dann wäre ich garantiert gestorben Warnung, Eintreffen der Gegner Joyful Es hat wirklich gerade gepasst Und weil ich natürlich dann Wissen wollte Wer mir den Follow gegeben hat Muss ich halt hochschauen Zum dritten Monitor Und in diesem Moment spawnen die Gegner Das hast du getimed Das ist das Spickerspiel Essen, Medizin, Munition und Trockenfutter Sie wissen wirklich, wie man seinen Standpunkt durchsetzt, Agent Ich danke Ihnen Kips Bay dankt Ihnen und Karl der Große Und seine Freunde, Natascha und Julio Und dieser komische Schnauzer namens Brutus Ebenfalls Natascha und Julio Korn Julio Wow, hey Die Schonen, die sind ja jenseits Diese Teile hier Die sind einfach brutal Die haben so viel Rüstung Das ist unglaublich Ich weiß gar nicht Woher habe ich das Zeug? Das habe ich gedroppt irgendwo Schon geil Leider geil Muss man sagen Ja, also jetzt hier nochmal In aller Ruhe Pestilenz Willkommen In der J-Crew Ich hoffe Du wirst viel, viel Spaß haben Mit mir Auch ohne mich Je nachdem Wir werden uns Mühe geben Auf jeden Fall Ähm 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 Habe ich hier irgendeinen Einsatz verpasst? Normalerweise müsste ich doch jetzt Hier Und dann zurück Gehen müssen Verdammt Diese Ausrüstung ist geil Bist du da? Normalerweise Wenn ich doch den Bereich Gecleared habe Müsste ich doch Äh Ins Safehouse zurück Müssen Hier irgendeine Mission verpasst Das habe ich ja abgeschlossen Auch abgeschlossen Eigentlich habe ich ja alles gemacht Jetzt hier Müsste ich dann nicht Äh Eine Quest bekommen Um nochmal zurück zu gehen Hm Andersrum Wieso? Diese Ausrüstung ist geil Bist du daran ausgebildet worden Bevor die Scheiße losging? Hab alles auf Staatskosten gelernt Bevor ich ausgeschieden bin Wenn du willst Kann ich dir alles beibringen Such dir was aus Ähm Geh einfach mal noch schnell Zum Safehouse zurück Und noch schnell das Telefon hier Oder habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht Hier vielleicht Die aufmerksamen Zuschauer Haben da vielleicht irgendwas Gesehen was ich nicht Gesehen Was ich übersehen habe Dieser Truck sieht nice aus Ja wir haben ja heute auch noch Ein Weed Labor gefunden Genau Ein Drogenlabor Das Hanf anbaut Wow Haben wir heute gefunden Ich hab's sogar gescreenshottet Ja stimmt Ich muss wirklich zurück in die Basis Blau ist das neue Grün Blau ist das neue Grün Scheiß Telefon Also gut Wir holen jetzt noch das Telefon Genau Und dann Dachkommunikation Ah das war das Ja genau Holen wir noch das Telefon hier Und danach Verstanden Gehen wir nochmal zurück Ja ma'am Ja ich war an der Dark Zone Bis wir abgezogen wurden Ja ich wähle darüber sprechen Mein Name Specialist Robert Armitage Junior Nationalgarde New York 42. Infanteriedivision Ja ma'am Ist ein langer Titel Elektronikingenieur Verheiratet und zwei Kinder In Juttika Anfang Dezember mobilisiert Nachdem der Gouverneur Den Notstand ausgerufen hat Wir wussten es ist ein Ausbruch Aber nicht was für einer Nein ma'am Meiner Erfahrung nach Sagen sie einem nur das Was relevant ist Und das war es nicht Noch nicht Nun man verpflichtet sich Und die können dann so ziemlich Alles mit einem machen Was sie wollen So Musst du noch kurz Freundin schreiben Nein sorry Verlobte Ist ja nicht Freundin Ist ja jetzt Verlobte Also gut Wir gehen zurück in die Basis Weil wir müssen ja da Mit einem Spasten sprechen Ja Ja eben Die müssen sich eigentlich Zusammentun Die Cleaner Können sich zusammentun Mit allen anderen Weil dann kann man auch Das ganze Tiefkühlfleisch Tiefkühlpizzen Und so kann man ja dann auftauen Weil die haben ja Feuer Also wir brauchen kein Strom Also müssen eigentlich Einfach nur alle miteinander reden Und Ja dann Dann läuft's Läuft's bei ihm Ah wir können den Techflügel beenden Juhu Und danach müssen wir Mit Paul Rhodes sprechen Das darf ich nicht vergessen Das habe ich das letzte Mal vergessen Als ich hier war Und vorwärte vom Garden So Ja Das sollte gehen Gute Arbeit Pizza Flan B Das wäre Pizza Flan B Tipptopp Wir haben Fehlen noch zwei Einflügel-Operationsbasis Komplett ausbauen Nice Haben wir ausgebaut Juhu Oh jetzt Ähm Wo ist denn Paul Rhodes 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 Wo bist du Rhodes Wo ist der Ist das du Nein Müsst ihr Eigentlich müsstest du das ja anzeigen Irgendwo nicht Aha Also Das wäre Tech Du Limmel Noch ein Tag Ich hatte nur recht Ich meine sie haben die Klügsten Die mächtigsten Am besten bewaffneten Agenten der Welt Und doch schießt Irgendjemand quer Ja aber die werden nicht gewinnen Egal was sie vielleicht glauben Glauben sie ich bin nicht auf ihrer Seite Agent Halten sie mich für einen Zyniker Dem alles egal ist Ich bin ein Patriot Und deshalb regt mich der Scheiß so auf Wissen sie warum Demokratie klappt Es ist das Gleichgewicht Es gibt nicht nur Rechte Sondern auch Verpflichtungen Die Leute sind sich nicht bewusst Wie verdammt wertvoll dieser Scheiß ist Geschworenen Dienst wählen Und wie schnell man das alles verlieren kann Wenn man sein Teil nicht erfüllt Niemand kriegt was umsonst Gott das Land ist so organisiert Dass keiner irgendwas allein regeln kann Ein Machtgleichgewicht Und dann kommt irgendein Arsch Und gründet die die Wischen Macht alles kaputt Die Komplette macht aber keine Verantwortung Das ist das Gegenteil von allem Wofür dieses Land steht Natürlich ging's schief Und was ist davon übrig Gute Absichten Hey Und wir Wir alle Und ich habe verdammt noch mal Mehr als nur gute Absichten Wir kriegen das hin Und zwar auf die richtige Weise Ich hoffe dass sie recht behalten Wirklich Aber ich sehe nicht wo sie anders sind Als der Rest Ich hoffe nur für uns alle hier Dass sie es sind Okay Viel gelernt Unser Patriot hier Bis später Wie es aussieht Gibt es kein mehr Schicksal So Gut Jetzt haben wir die Mission ja hier erfüllt Noch schnell auffüllen alles Ähm Ich würde sagen Wir machen einfach weiter Oder Ist ja Denk ich am einfachsten Aber wieso Dass ich Hier Dieses Safe House Habe ich ja noch nicht Also würde ich sagen Wir gehen hier hin Und danach laufen wir Zu diesem Safe House hoch Ich denke das ist am einfachsten Aber wir haben jetzt ja Keine Quests Keine Quests mehr bekommen Von da Keine Ahnung Aber ja Der Roads Ist ja Na 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 Dark Zone Ne 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 Pestilenz Wir machen zuerst Level 30 voll Bevor wir uns In die Dark Zone wagen Also bevor wir da mal Vorbeischauen werden So muss ich sagen Das werden wir uns noch ein bisschen Aufsparen Müssen Dürfen Können Sollen Gut Was haben wir hier Stoff Werkzeug Geschiss Ähm Wenn ich das richtig sehe Wenn wir das hier holen 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 Dann Haben wir alles Geholt hier Gut Wir holen noch diesen Vermissenagenten Haben wir das nämlich auch gemacht Ist gerade gut Dumdi 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 dum Hör damit Hau ab Ich habe hungrige Kinder Ja gut Ja es Ja es gibt ne Story Quest Aber Muss ich die Machen Um weiter zu kommen Jetzt in der Geschichte Was meint ihr Kann es sein Das Das ist jetzt die Also die Quest Uns jetzt eigentlich Das ganze Äh Unmöglicht Oder wie Also gut Dann holen wir uns Noch diese Agentenspur Und dann machen wir Dort Ne Hauptstory weiter Also sprich Dann gehen wir da Oh 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 Aber ich habe doch Angst In der Dark Zone Ich will doch nicht sterben Ich bin noch so jung Nein Holen wir mal schnell Diesen Agenten hier Ne Ja gut Das stimmt auch wieder Ja Ich habe ja nichts zu verlieren Weil ich natürlich noch Keinen Loot habe Aber Loot Tut gut So Diesen Agenten Holen wir uns noch Dann geht es in die Dark Zone Aha Okay Wo geht es hier Hier lang Da habe ich mir was gedacht Also Der ganze Part hier Wie das alles aufgebaut ist Mit diesen ganzen Levels Und diesen Verzwickmühlen Diesen Verzwickmühlen Was ist das für ein Ausdruck Mit all diesen Gebäude Die man betreten kann Und So muss ich schon sagen Das Ziemlich impressive Ah da hinten Gut Ich bedanke mich Gut Ich muss mal ganz kurz noch schnell Noch mal ein Tweet raushauen Shhh 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 Das war's für heute. so also gut das Lied wurde gesendet schauen wir kurz, ist er angekommen aber natürlich kein Schreibfehler tip top gute Sache, weiter geht's oh Mist weiter geht's also gut äh gut Dark Zone, also das wäre ja den hier diese Quest also gut wir sind ja gerade hier in der Nähe von einem Eingang, ihr werdet äh was ist mit ihm los ist der erstarrt der ist erstarrt vor Glück erstarrt ja geh runter so also ich glaube ich weiß nicht in der Dark Zone ähm kann man da eigentlich immer getötet werden von anderen Spielen oder gibt's dort einfach so wenn man sich selbst nicht auf PvP stellt ist man nicht angreifbar oder wie läuft das da ist man sobald man in der Dark Zone ist ist man eigentlich freiwillig also das heißt ich könnte jetzt bei dieser Quest wenn ich jetzt da reingehe könnte ich eigentlich pausenlos umgeschossen werden ja toll jederzeit überall von unten und oben alles hastig ah aber okay und was heißt denn das abtrünnig also wenn jetzt jemand sich auf abtrünnig stellt ist das dann keine Ahnung leuchtet dann irgendwas oder aber wenn er mich jetzt angreift zum Beispiel kann ich mich dann darf ich mich dann wehren oder werde ich dann auch abtrünnig angenommen ich würde ihn jetzt töten dieses Zeug ist nicht zugelassen aber rettet ihn den Arsch ja mein Arsch ist sogar süß ne aha okay du gut wir gehen rein übertragung gestört empfang nur im nahbereich möglich backup aktiviert system neu gebootet vorsicht sie betreten die darkzone ich hab Angst wo muss ich denn jetzt hin äh ja war's jetzt das schon mit der quest äh äh war's jetzt ist schon die quest wow wo waren die äh Ah, eben. Ja, das, ja, das... So kenne ich die Dark Zone. Aber das heißt ja jetzt eigentlich... Das Quest habe ich jetzt ja erledigt. Also kann ich jetzt ja eigentlich wieder raus. Oder habe ich irgendwas verpasst? Nein, ich glaube... Ist alles. Also ich habe das Quest habe ich jetzt ja gemacht. Das heißt, jetzt können wir eigentlich wieder raus und weitermachen. Ja, weil... Also so wie ich ja das spiel... Achtung! Gefahrenstufe normal! Aha, gut. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben ist. Es gibt sehr viele so Elite-Kämpfer und so in der Dark Zone die man ja looten kann. Dann wäre es doch eigentlich schön... Ja, ja, da... Leichte Gegner in dem Sinn schon. Das Go-Face. Aber eben, es gibt ja dann auch... Ähm, wie soll man das ausdrücken? Leichte Idioten. Hä? Oh, machen wir die Grand Central Station? Kriegnerstufe 26? Ja, und diese Ausrüstung ist geil. Nein, wir machen zuerst die. Das LMB ist im Moment meine größte Sorge. Wir können die Stadt nicht zurückerobern, ohne uns um sie zu kümmern. Wir können sie nicht mit einem Schlag erledigen. Viel mehr müssen wir systematisch angehen. Zuerst Ihre Augen ausschalten. Wir können sie nicht mit einem Schlag der Barsch sein. Wir können sie nicht mit einem Schlag,